Hallo, ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Tanja Wichertz, ich bin Prophylaxeassistentin in einer prophylaxe orientierten Praxis in Königswinter. Neben meiner praktischen Tätigkeit arbeite ich auch als Referentin für Prophylaxe. Ich befinde mich hier heute auf dem Campus bei CarboCare in Biberach und möchte Ihnen heute mit einem kurzen Film zeigen, wie für mich die perfekte Prophylaxe-Sitzung aussehen kann.